hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge bei SMP Live Redoom. Ja, es kam wirklich lange nichts mehr und das weiß ich natürlich auch und ich weiß, dass es vielleicht nicht so toll war, so lange nichts zu machen, aber jetzt ist es zu spät und ja, wie ihr eventuell schon gemerkt habt, hat sich wirklich wirklich viel geändert, ja also auf dem Server sonst so eigentlich eher weniger und zwar bin ich Level 7, ja und ich weiß nicht, hatte ich vorher schon so viel Geld? da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher außerdem war ich in einer Fraktion, ja ich war in der Regierung allerdings, für die, die auf den Server spielen dürfte jetzt denen, die auf den Server spielen ja, ich glaube es war richtig denen, die auf den Server spielen dürfte es schon aufgefallen sein, damit die Regierung jetzt wieder zurückgesetzt worden ist das heißt, ich bin wieder draußen und gucke jetzt erstmal, ob ich mich überhaupt nochmal in naher Zukunft für eine Fraktion bewerben werde das ist noch nicht sicher ja, außerdem habe ich ja, außerdem habe ich wie unerwartet auch inzwischen komplett alle Scheine ohne Punkte zum Glück das ist gut ja und ich glaube, mein Auto steht sogar noch bei der Regierungsphase außerdem, wie ihr seht gibt es jetzt Ampelpflicht da bin ich mal gespannt ob sich da wirklich Leute dran halten werden ich werde mich auf jeden Fall mal dran halten, weil ich habe echt keine Lust damit ich Punkte auf meiner Scheine bekomme weil das war schon relativ teuer, die ganze zu bekommen und ja ob ich mich dann nochmal also wie gesagt, ob ich mich nochmal mit einem Friktion bewerbe weiß ich nicht, weil die einzige, bei der ich mich jetzt bewerben würde bzw. bei der ich mich bewerben wollen würde wäre das LSPD und ich bin mir nicht sicher, wie das Ganze damit aufnehmen ausschaut wegen TS und so und das muss ich mir nochmal genauer angucken und ja, vorher erstmal nicht ja was gibt es noch zu sagen? Nebenprojekt aber ich habe vergessen den Stopper anzumachen, Sekunde Nebenprojekt hatte ich gestern eins gefunden und ich habe jetzt wieder vergessen, was es war das ist ziemlich ärgerlich aber ich denke, in den nächsten Tagen soll das das auch mal losgehen damit es mein Kanal endlich mal wieder zum Laufen kommt das ist ja das seit Ende Dezember ziemlich am rumhakeln ja, die ganze Zeit kommt irgendwas dazwischen ich wollte ja eigentlich schon vor ein paar Wochen wieder Videos machen aber ich bin krank geworden und habe das Ganze dann wieder aus den Augen verloren aber besser spät als nie, ja so schnell da hoch ähm ja dafür, was ich ziemlich fremium finde ich habe ja vor ein paar Wochen mein Video hochgeladen dass ich vor, boah, wie lange ist das hier? eineinhalb Monaten aufgenommen habe oder so und dass er trotzdem noch richtig viele Views bekommen, ja also ich verliere komischerweise nicht an Zuschauern auf jeden Fall mal mäßig geil und die Feuerwehrs versagt, was ein Wunder ja sonst rückt die 100. Folge mal wieder näher wie gesagt ich weiß immer noch nicht ganz, wie das dann aussieht mit 100 Folgen, 100 Abonnenten und so weiter das wird dann vermutlich relativ spontan entschieden was heißt relativ spontan, ich musste mir jetzt langsam mal Gedanken machen ja dann werde ich mir jetzt erstes mal jetzt wieder Dingens ähm hab den Namen vergessen neu ach komm, das gibt's doch nicht neue Kleidung kaufen wir, weil wo ich bei der Regelung war, hatte ich einen neuen Skin hin und jetzt wieder nicht also muss ich mir einen aussuchen, ne das ergibt Sinn ich weiß jetzt nicht, wo man sich das kaufen kann das war doch bei der Grove 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 Street ups, da ist der Ampel, das Alter, das gibt's doch nicht ja, wie ihr seht, ich hab verlernt Auto zu fahren aber vielleicht doch nur ein bisschen so, jetzt muss ich an die Ampel warten, okay nur in Lassander, ne genau, nur in Lassander, die Ampelpflicht sieben Strafpunkte, Alter, das ist echt krass naja, was soll man machen so, nicht, ob ich jetzt auch nicht mehr zu schnell fahren weil ich hatte in der Regierung das Privileg so schnell fahren zu können, wie ich wollte und es hat niemanden interessiert weil ich Beamter war und wenn man Beamter ist, dann hier anhalt was ist das, die Verampeln äh, ja, wenn man Beamter ist, dann ach so, wegen der Straße ja, alle, alles gut, alles gut wenn Beamter ist, dann kann man nicht geblitzt werden das war ziemlich premium so, da vorne ist äh, hier Dingens ich suche eh niemand, oder? wohl fährt den Jungs so ein automatisches Ampelsystem was weiß ich das war knapp ähm, ja hier warum nicht reichen die 1000 Dollar aber ich denke, dass du verpasst und dann suche ich mir auch gleich mal ein neues Haus wieder außer ich bin auch irgendwo eingemietet wahrscheinlich aber eher nicht so das ist nicht ihr Ernst oder ich muss 1000 Dollar zahlen, damit ich hier rein kann okay so, was denn ordentlich der Skin hier, den hier ähm okay dann bin ich jetzt ein bisschen im Minus, aber das ist auch kein Problem hier steht ja auch kein Geldautomat komm, Problem ich finde bestimmt ein Geldautomaten ja so jetzt muss ich mal kurz überlegen bei wie viel Minuten ich zuckab bin ich bin jetzt bei 5 Minuten auf der Staubuhr ich hab kurz vorher angefangen war ich 7 bis 8 Minuten können denen kommen so ich werde mir ich werde mir einen eine Wohnung holen vom Flughafen wieder mit der da hinten war ich eigentlich ziemlich zufrieden und ja das ist gut heute wieder die Kommentare meinerseits das ist unglaublich aber was soll man machen so packen Motor gut mal gucken ob es hier daneben was gibt zum Beispiel das zu vermieten perfekt Haus mieten oh slash entmieten ok dann guck ich ihm nach ähm Haus Hotel ähm 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 Haus entmieten so das gibt's nicht ok kein Problem da vorne ist gleich ein Geldautomat da laufe ich jetzt schnell hin und ich glaube ich freue jetzt auch gleich wieder vorbei oder ich glaube schon bestimmt bestimmt ja bestimmt und Zug ich glaube ich habe noch nie einen Zug gesehen oder nein ich glaube nicht so da vorne ist ein Geldautomat rechts von uns oder ich glaube ich habe noch nie ich glaube ich habe noch nie da hinten hinter der Mauer wenn ich mich richtig erinnere aber ich denke schon oder auch nicht ja ich wusste das ist doch genau hier ist ein Autohaus ja das heißt hier ist bestimmt irgendwann in der Nähe weil bei Autohäusern brauchen Leute Geld oder so gibt's hin aber anscheinend nicht gibt's vielleicht hier so eine Auswahl nächster Geldautomat okay ich glaube nicht nein das ist ärgerlich dann werde ich wohl kurz zur Stadthalle laufen müssen aber das ist ja alles gar nicht so weit da steht hier ja da steht einer ach wusste ich's doch wusste ich's doch ja so Automat ich brauche 100 1550 Dollar ich denke das dürfte passen 50 so 50 für die Miete und 1000 möchte ich einfach so dabei haben das ist immer ganz praktisch wenn man zum Beispiel sich an die Zahn kaufen will und 1000 Euro zahlen muss Dollar zahlen muss damit man überhaupt ins Geschäft reingehen darf zum Beispiel wir haben uns das Geld machen das ist unglaublich so da vorne war das Haus 50 Dollar Miete das ist billiger als das letzte Mal ne ich hatte letztes Mal mehr glaube ich ja ich glaube schon gut dann soll es jetzt hier irgendwas sein hier ne genau verwirrend und Haus mieten hat es noch eingespeichert bestimmt Haus mieten ja toll ok wie sieht's wie weit aus 100 jetzt noch was mit 50 50 50 perfekt gut dann war's jetzt auch wieder mit dieser Folge hoffe es hat euch gefallen ja schalte nächstes Mal wieder ein hier bei S&P Live A Dream also nächstes Mal hoffentlich auch bald nicht erst wieder in dem Monat ja hoffe es hat euch gefallen bis dann und tschö okay was das ist für es wenn es was los ned people cambiar